Hattest du schon mal Liebeskummer? Wurdest du schon mal von deiner großen Liebe verschmäht? Warst du schon mal extrem eifersüchtig? Und wie hast du reagiert? Hast du dir dann auch einen islamistischen Kampfanzug mit palästinensischen Symbolen angezogen? Hast du dir dann auch ein Messer und eine Machete gegriffen? Bist dann mit einem Lieferwagen in mehrere Geschäfte gerast, die irgendwie mit deinem Ex-Partner in Zusammenhang stehen? Und hast du auch schon Feuer gelegt in zwei Mehrfamilienhäusern, in denen Freunde und Verwandte deines Ex-Partners leben? Und hast mit dieser Aktion insgesamt 30 Menschen verletzt? Davon zwei schwer? Nein? Also Herbert Reul, CDU, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, sagt, sowas gibt es schon immer. Aber die gibt es immer schon. Die ist auch nicht neu. Dass Menschen, weil sie private Rache gelöst haben, quasi Amok laufen, um es mal ein bisschen unsauber zu formulieren. Und dass da alle Mittel eingesetzt werden, ist ja in der Vielfalt vielleicht neu. Aber sowas gab es immer. Also Angriffe, über den man sich sehr ärgert oder erbost ist. Und der war möglicherweise auch nicht nur familiär sehr angespannt, sondern wahrscheinlich war der auch psychisch nicht hundertprozentig auf der Linie. Na also Leute, ein psychisch verwirrter Einzeltäter, das ist alles. Und auf die Frage, ob Messer und Macheten immer mehr zum Problem werden, sagte er das hier. Nein, das war immer ein Problem oder ist jetzt besonders ein Problem, weil offensichtlich viele Menschen Messer und ähnliche Geräte ja nicht nur zu Hause liegen, sondern auch mit sich rumschleppen. Na also, da haben wir doch die Erklärung, immer mehr Menschen schleppen ein Messer mit sich rum. Und außerdem ist ja auch in Essen nichts passiert mit dem Messer und der Machete. Da ist ja Gott sei Dank nichts passiert, kann man ja sagen. Also das Gefährlichere war der Brand und das, gut, die Minie, in der die Schaufensterscheibe kaputt gefahren ist, finde ich auch nicht lustig. Aber da ist ja Gott sei Dank da nichts passiert. Na also, es ist nichts passiert. Es gab nur 30 Verletzte in Essen und ein 41-jähriger Syrer konnte stundenlang in der Stadt marodieren. Aber passiert ist nichts, sagt ein Innenminister der CDU aus Nordrhein-Westfalen. Also, es ist nichts passiert.